Was ist denn das? Neh mir das an oder leh mir das ab? Ich weiß nicht. Äh, äh, ach komm. Wie wär hat man mit zuschrauben gewesen, sonst läuft die ganze Brügel doch da unten drin aus. Mann, 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 Mann. Soll ich jetzt hier durchkommen oder was? Ja, ich packe ja schon mit an. Hat ja super geklappt. Weißt du was? Sonst einen anderen Bezug. Ja. Wäre ich auch dafür. Klingt gut. Jetzt soll ich jetzt den anderen Weg suchen oder was? Hey, Riley. Ich helfe dir hier oben rüber. Vielleicht kriegst du sie von innen auf. Ich helfe dir hier oben rüber. Jetzt komm schon ab da hoch, Männchen. Mach mal die Tür auf. Bitte. Bitte. Dankeschön. Hä? Hä? Du blödi, das war schon das zweite Mal. Wieso waren wir früher noch nie hier? Hä? Ich hab die perfekte Maske für dich. Riley. Perfekt. Kann man doch mal machen. Ja, ist das ein Wolfsmensch oder sowas? Setz sie auf! Toll! Richtig fußeinfelsend. Achso. Ich muss ganz oft drücken. Drücken, 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 drücken. Na, geht doch. Mal sehen, was es hier noch so gibt. Man hat dran gedacht, dass ich hier auch Klicker geben kann. Mann, schau dir mal das ganze Zeug an. Ich glaube nicht. So wie es aussieht. Ach da. Wo haben wir denn hier Schönes? Ein paar Augen. Lecker. Und ja, das ist der DLC. Junge. Du Drecksmädchen, ich hau dir gleich einer rein. Wow. Das war blöd. Ja. Diese Masken sind sogar noch cooler. Was denn? Was? Was hast du denn jetzt da für eine Maske? Ich bin Graf Dracula. Ja, ja, nicht so wirklich. Dracula sah doch ein bisschen anders aus. Ich bin Graf Dracula. Ja, ja. Ja. Draculina. Am besten noch. Was suchst du denn hier eigentlich immer, Männchen? Wahre Horrorgeschichten. Berichte über echte Monster und Geister. Ja, da steht doch ein echtes Monster vor dem Schrank vor allen Dingen. Haben wir bald mehr die ganze Comic-Buchladen durch? Ah, ich habe eine Idee. Siehst du die Autos da unten? Schlechte Idee. Der Brot ist deins. Meinst das Blaue? Wir werfen Ziegelsteine. Wer alle Scheiben an seinem Auto kaputt macht, gewinnt. Im Ernst? Ich bin Steinwurf-Champion? Okay. Der Verlierer muss eine Frage beantworten. Keine Sarkasmus. Was ist das? Wahrheit oder Wahrheit? Ja. Wie du willst. Ich bin dabei. Und zack. Und zack durch. Wir brauchen nur mal mehr Steine. Nummer 2. Komm schon. Treffer. Kannst halt mal ein bisschen überzeugender machen, wenn du daneben wirst. Nicht nur so verdammt. Ich muss einmal auf die andere Seite. Komm schon. Ja. Und das letzte. Achso, das Dach auch noch. Ja, so wird das gemacht. Die letzte. Und noch der letzte durch Dach. Ja. Stein. Wurf. Champion. Meins hat da härtere Fenster. Ja. Klar doch, Loser. Okay. Hier kommt die Frage. Ich kriege Angst. Wieso bist du gegangen? Wieso bist du... Äh. Wieso bist du ausgerastet? Hat Marlene meine Mutter erwähnt? Vergiss es. Okay. Äh. Weißt du was? Vergiss es. Ist schon okay. Hey, scheiße. Ich wollte doch was fragen. Jetzt war ich zu langsam. Ernsthaft jetzt. Komm jetzt. Lass mich dir das zeigen. Wir sind fast da. Ach nee, oder? Jetzt bin ich schon Steinwurf Champion geworden und jetzt wird trotzdem nichts hier. Was machen wir hier? Das ist ziemlich gruselig. Also, wir dachten ja, dass nur ein paar Stadtteile Energie bekommen, stimmt's? Ja. Ach. Komm schon mal mit. Wir bekommen etwa mehr Stadtteile Energie oder was? Was ist er denn jetzt? Die ganze Stadt hat Strom. Sie haben bloß die Sicherungen umgelegt. Ah. Nein, keine gute Idee, keine gute Idee, aber wir machen ja trotzdem. Und rein. Was hab ich gesagt? Heißt das das ganze ist hinterher Licht? Finden wir es raus. Oh man. Das fällt doch auch überhaupt nicht auf, zum Glück. Das musst du sehen. Oh warte. Ich... Ich weiß, was du vorhast. Und... Ich bin echt froh, dass du nicht tot bist. Ich bin froh, dass wir wieder zusammen sind und hab's nicht so gemeint. Naja, man sagt schon mal Sachen, die wir eigentlich gar nicht gesagt haben. Du Kuh, du hast angefangen. Oh man. Bist du bereit? Ja sicher. Tja. 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 keine top Idee hm ich hatte in meinem Leben auch schon bessere guck mal ein Verbandskasten ey ja die sieht nicht gut aus hier kommt doch untergarantie gleich der nächste Schwanz um die Ecke alter und will rumpimmeln wenn hier schon Munition liegt dann sieht das nicht gut aus oh Gott du Mistvieh alter denk doch auch mal an meine Nerven geht wohl nicht oh Gott oh Gott dieses scheiß Katzenvieh oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott Hilfe komm Tür geh doch auf was ist mit der Tür oh nein Junge 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 denk doch mal an meine Nerven die scheiß Musik lässt auf nichts Gutes hoffen was ist mit der Teils und dann ja die wir nicht Oh Gott Die ist doch gerade schon etwas aufregend Gibt es eigentlich auch mal irgendeinen Ort, wo ich an eine Tür komme, die nicht abgeschlossen ist? Wo ich einfach mal rausgehen kann Ah, warte, ich stelle die Energieversorgung im Flüchtlingslager wieder her Veeilung Ach, da War hier gar nicht so schwer Benzin alle Toll Nee, das will ich jetzt nicht alles lesen Ey, ich hab doch Alkohol Fällt mir gerade ein Und Munition Wie soll ich denn hier hochkommen? Ach da, die Leiter vielleicht Jetzt komm schon Da oben drauf ist doch noch was Ich könnte nochmal einen Hinweis vertragen Was steht denn hier vorne? Noch eine Büchse wurscht Hm Ist mal ohne Spaß, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich bin gerade etwas aufgeschmissen Wie man vielleicht merken könnte Oh ne, die Musik macht mich nervös Hä? Hinweis Benutze den Benzinkanister Ey, stand da jetzt ein Benzinkanister daneben, oder was? Oh Gott Gott Nee, auf der anderen Seite Ich hab genug Benzin In dem ein oder anderen Truck vielleicht noch Wo hat denn so ein Truck Der hat denn doch hier eigentlich, oder nicht? Oh, scheiße Stalker Nein Warum denn jetzt Stalker? Wo kommen die denn her? Zwei Stalker Scheiße Du Ton verty Niveau 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 First one down Laat nach Wo bist du, du Drecksvieh Ach scheiße, zwei Stalker kommen aber noch Verdammte Kacke Wo kommt denn der letzte Der will hinten rum, die dumme Sau Ah scheiße Jetzt komm schon Geht doch Ja, zum Glück Oh Gott Ach jetzt sammeln wir dann halt mal in aller Gemütsruhe Benzin ein Kein Ding Okay Vielen Dank.